Ja, herzlich willkommen. Wir machen heute mal die Mission Schienen von Weißer Lotus. Wir müssen neun Peilsender aus dem toten Briefkasten hier bei Albakra Fortress holen. Dann auf den Gütezug noch im Einsatz und als nächstes müssen wir die fünf Träger davon im Frachtcontainer auf dem Zug platzieren. Dann machen wir mal los hier. Dann machen wir mal schön los. Wir machen auch wieder schön langsam und ich sag mal vorsichtig, dass wir hier nichts riskieren. Wir gehen mal zum Fahrzeug da unten. Das habe ich entdeckt beim Port. Solo ist immer schwieriger, ist klar. Deswegen versuche ich da immer dem Feind aus dem Weg zu gehen, so gut wie es geht. Ich bin heute mit einem 13 unterwegs. Und jetzt haben wir den Hemmblock zu Hause gelassen. Ich hoffe, ich finde hier noch ein paar Waffen. Okay, wir gehen unten am Strand entlang. Da fallen wir nicht so auf, hoffe ich. So, da vorne ist ein Loch im Zaun. Da gehen wir durch. Das ist halt blöd. Der Zug fährt jetzt in meine Richtung, also hier oben entlang. Aber ich muss runter. Da muss ich dann unten warten, bis der Zug kommt. Ja, oder dem Zug entgegenfahren. So, da vorne sind, glaube ich, auf dem Pier. Ja. Einer muss noch ein zweiter sein. Wo ist er, wo ist er? Da ist er. Sauber. Vier Schuss. Zwei Mann. Haben wir schon mal was? Hat der eine andere? Ne, selber. Okay, wollen wir nicht. Gehen wir weiter. Da kommen wir hoch. Ja, da habe ich was gehört. Nicht aufhalten, gehen wir weiter. Müsste da vorne bei der Halle stehen. Ja, da hinten. JLTV hier. Schwimmen wir mal rüber. Ich hoffe, dass das Feindaufkommen nicht so groß ist hier jetzt. Schauen wir erst mal. Na? Gibt es schon wieder Explosionen da hinten? Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Komm weg her. Und los. Erstmal so weit wie möglich Richtung, äh, Fortress. Am besten noch zwischendrin wieder ein Container hier, äh, 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 Spritcontainer, Kanister, nicht Container, Kanister mitnehmen. So, wir müssen ungefähr hier abbiegen dann. Ja. Oh, hier sind wir richtig da. Da kommt so ein Punkt für, für, für Erstreik oder, oder Messerschlag. Zug? Ja. Aus der Bühne zu. Er kommt jetzt erst hier an, okay. Da müssen wir dann drauf. Aber wir haben ja die Peilsender noch nicht. Wir haben ja erst mal die Peilsender. Neun Stück sind in dem Container, glaube ich. Fünf müssen wir anbringen. Könnte ja sagen, wie viel jener inzwischen drin, ne? Da vorne ist noch ne Danksteller. Schauen wir mal rein. Gucken wir mal uns erst mal um einen Feind dahinter. Eins, zwei. Da, drei. Na. Na, na. Wollt er nicht sterben? Na, so ne Mine kann man immer gebrauchen, mal mitnehmen. Na, AKU, AKU. Container brauchen wir. Die kommen wir hier. Nichts. Da ist auch nichts mehr. Gut. Geld. Geld kann man gebrauchen. Und, gehen wir los. So, aufgedankt, repariert. Kann man eigentlich durchfahren. Na, da vorne hat einer auch mit nem Heli aufgedankt an der Dankstelle. Der fliegt grad fort. Das ist übrigens eine Story-Mission von Weißer Lotus, die muss man schaffen. Und von Legend muss man auch noch eine schaffen, um überhaupt erst mal die Black-Mouse-Mission freizuschalten. Ich hab noch keine einzige Black-Mouse-Mission, weil ich eben diese zwei Missionen schaffen muss. Die hier und die andere. Da hab ich mir gedacht. Gehst zum Mahn. Tja, jetzt sind wir hier. Gut, ich will da drüber auf jeden Fall, ähm, das Auto stehen lassen am Berg. Ich schwimm dann rüber. Wenn alles klappt, können wir das Auto dann hier wieder nutzen und zum Zug. Am besten hier. Genau. Und rüber. Ich geh hier auch erst mal am Hinterhang. Also hier, ich geh erst nochmal Munition holen hier in der Munitionsdepot. Vielleicht gibt's dann noch Kleinigkeiten, Nettigkeiten. Das ist am meisten noch schön mit Geld oder in der großen... Oh, hier, Hurricane. Die nehm ich. Immer schön Tür zu machen. Nix drin. Dahinten ist immer die Tasche. Ne. Ah, Munition. Ein Kanister. Kanister kann ich nochmal mitnehmen. Nix. Und runter. Sonne. Ah, Sonne. Bohlladung. Nischt. Da waren wir schon. Munition. Auch nix. Was sind Platten? Geld. Nichts. Nichts. Platten. Gut, gucken wir innen mal noch. Der Kiste ist einfach was... Oh, Sniper. Ne, mein ne, mein ne. Ne, mein ne, mein ne. Na? Kommt rein. Ah, nein. Jetzt schmeiß ich die weg. Ah. Manchmal weiß der echt. Jetzt schmeiß ich sie wieder. Jetzt. Nein. Okay. Ah. Gut, komm, komm. Weg hier, weg hier, weg hier. Es dauert zu lang. Oh, schön Kohle. So. Da hinten am Hang, da oben am Gebäude. Schauen wir doch mal. Mal drüber nutzen hier. Ich höre es doch schon. Ich höre es doch schon. Ich höre es doch schon. Keiner. Zwei. Was? Guck mal, haben sie die genervt hier. Ah, jetzt gehts los. Da unten ist keiner. Au, 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 au. Da haut ein Heli natürlich noch. Das ist die große. Da sind auf jeden Fall viel drin. Da muss ich erst rüber. Ne, ne drauf. Dann haben wir die los. Alle gekillt. Gut. Gehen da noch. Na, 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 na. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich muss doch bloß zum blöden Container. Ah, nein, 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 nein. Okay. Mal Platten rein her. Okay. Wo ist der Container? Wo ist der Container? Wo ist der Container? Wo ist der Container? Hier. Hier. Da sind sie. Okay, den nehmen wir mit. Und ab hier. Ab hier, ab hier, ab hier. Okay, ist auch erfüllt jetzt. Mission. So, der Teil der Mission. So, ich hoffe das Auto steht noch. Ähm, ja. Steht noch. Und das ist der Person, so da oben ist er. Der ist noch weit oben. Okay, bis ich drüben bin, bis ich rüber gefahren bin. Gut. Was haben wir alles? Mist. Ich möchte eigentlich gar nicht so weit hochfahren. Wenn ich hier unten gut Deckung finde. Wie gesagt, ich will jetzt nicht riskieren, Solo. Unbedingt Spielern hier zu begegnen. Naja, wie jedes Mal, ne? Die Brücke wäre eigentlich gut da oben. Hier, hier, hier. Der Feind ist alarmiert. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Ah, das ist drüben beim Flugplatz. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Oh, warte mal. Ich lege mal hier noch. Falls einer kommt. Ärgern wir die mal ein bisschen. Okay. Bitte die. Semtex rüber. So. Hier haben wir eigentlich gut Deckung. Da kommt er. Dauert noch ein bisschen. Warte ist er weg. Ah, 500 Meter. Ich geh mal rüber an die Mauer. Sollte uns eigentlich keinen Feind stören. Hier ist ein schwer gepanzertes Ziel mit einem Waffenkoffer. Die letzte bekannte Position erscheint auf der Taktikkarte. Angriff nach eigenem Ermessen. Was? Ich sag noch, da hier kommt kein Feind. Nach drei Schuss nachladen. Das ist immer, ey. Da kommt der nächste. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verraten. Ja, ich höre es doch schon. Da oben kommen sie. Da, da, da. Okay, der Zug kommt. Der Zug kommt. Ich möchte mich jetzt mit denen hier nicht behängen. Ah. Ich komme... Rauch raus und in den Zug rein. Komm, 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 komm. Na, na, na. Der lässt mich nicht rein. Ich will bloß nicht überfahren werden. Oh, okay, wir sind drin. Okay. So, jetzt Peilcenter. hier ein hier ist eine kiste hier ein scheint nicht zu zählen hier dass die orangen muss ich daran aber jetzt muss ich mir doch was anzeigen hier ob ich die mission geschafft habe als komplette der pack hier dass sie nicht verschließen können ja und granate noch ist ja richtig hier ein auch nicht sagt doch mal her oder nicht hat er nicht dann stellen mich wieder blöd an ich glaube schon also richtig rein in die kiste auch nichts hier richtig rein das ist schon wieder der offene waggon das sind aber auch noch welche vielleicht an die moon kiste hier auch nix den auch nix nehmen sie wieder mit hier wo denn du ja genau genau raus und wieder hochkommt so wo müssen jetzt die dinge ran jetzt bleibt mal locker hier die nehmen wir auch mit stehen hier toll steht es da dran auch noch das sind die kissen die fracht kissen okay ja das ist in dem spiel immer sehr dahinten waren keine ne immer meine blauen sehr schön hier noch einer ran haben wir noch eins die nehmen mit neun hat man ja also wir haben ja neun so ja heil sender gehabt kann das einmal verliert vier ne jawoll gut geschafft genau hier unten super hier steht es auch noch mal mission abgeschlossen exfiltrieren nehmen an dem da oben da fährt der zug sowieso hin da ist nix mehr drin also ist klar die kiste sind ja offen da ist ein rotes auto also erkannte feind den höre ich auch hier rechts das ist noch ein stück aber wir sind safe bis hierher ja es sei denn es kommen noch spiele auf den zug aber ich glaube noch wieviel spielminuten so gut wie kein spieler mehr den zug benutzen hoffe ich bis hier morgen kommen aufbauen kommen alles auffüllen platter rein am besten noch das ist bei rohanroil da sind wir jetzt da gehen wir am besten reisen bei rohanroil da sind wir jetzt da sind wir am besten reisen bei rohanroil Hier rein, da bin ich Absichern hier Ich nehme mit Na, wenn jetzt so ein Bug hier noch kommt, wo man festhängt oder irgendwas, ich drehe doch Ja, die andere Mission muss ich auch noch machen hier oben mit den Waffen Neun verschiedene Waffen, jeweils einen Feind killen, eliminieren Aber da muss man hier die kontrabanten Waffen aufsammeln, am besten Exoten mit reinnehmen, die im Spiel nicht mit drin sind Ich glaube, du musst nur verschiedene Waffen Waffen abfeuern, also Die Schrotflinte, die MP, die MP, die MP Das Sturmgewehr, das Sturmgewehr, ich glaube Ach, der kommt jetzt hier schon noch Ich kann gar nicht so weit bis davor fahren Ich muss hier raus, ich muss hier raus Und raus, komm Der fährt ja rein ins Rohan Oil Ja, ja, wo, wo Eins Zwei Okay Schießt da noch einer, schießt noch einer Ne, da gehen wir nicht mehr rein Das ist ja Blödsinn Oh, da will schon einer raus Also die Hurricane ist eigentlich auf kurzer Distanz nicht schlecht Die ist echt nicht schlecht Ja, da ist der grüne Punkt schon oben, da will einer raus Den lassen wir auch mal gehen Weiß ja noch gerade nicht, vielleicht sind es drei Dann lasse ich sie auf jeden Fall gehen Gut Also bis hierher erfolgreich, jetzt müssen wir nur noch rauskommen Schauen wir mal Wir haben ja eine Sniper mit Da ist der Heli Da ist die Ruine Na, wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? Ultra 1, Achtung, der Wind nimmt zu Evakuierungspunkt aufsuchen Mal wieder wechseln Er geht schon hoch, geht schon hoch Aber da gibt es manchmal so kleine Drecksäcke Die schießen noch aus dem Heli raus Ich gehe lieber mal hier in Deckung Okay, der ist raus Können wir schnell hin Alles abscannen hier Mal gucken, Ruine, Dünen Nix da, nix da Okay, ich will mal den Jeep hier wegfahren Sonst stört er mich vielleicht Okay, Rauch ist auch wieder da Reli holen und in Deckung Nimmt's extra ein Loch für mich rein Gut, das hört sich schon mal gut an Links wird geschossen, da hinten Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position Bleib wachsam Ja, bin ich, bin ich Ultra 1, wir sehen die Landeszone Freihalten Okay, da hinten Jetzt sehe ich nix Okay Heli ist da Komm runter, komm runter, komm runter So, üblich Rauch Rauch Rein und weg Komm, bitte, bitte, bitte Ich weiß nicht Das ist immer das Spannendste Ob man es schafft hier Echt jetzt Aber Wir sind in der Luft Wir haben es geschafft Schön, die Mission erfüllt hier Weißer Lotus Schienen Peilsender anbringen Holen den Briefkasten Ich danke euch fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat Spaß gemacht Ciao, bis zum nächsten Mal Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!